Also die stabile Rahmen, die ich jetzt habe, die haue ich da schon mal rein und dann erinnere ich mich hoffentlich später auch daran, dass ich da was gemacht habe und ich die restlichen jetzt einfach nur abholen muss, vermutlich. Vielen Dank. So, und jetzt kontrolliere ich nochmal kurz den Drohnenplatz. Da sind ja immer noch zwei Drohnen, die so ein Ausrufezeichen anzeigen. Da sind ja immer noch zwei Drohnen, die so ein Ausrufeichen anzeigen, die so ein Ausrufeichen anzeigen, die so ein Ausrufeichen anzeigen. Wo sind die Batterien? Wo sind die Batterien denn gelandet? Okay, vermutlich wurden sie geschreddert. Gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, sag mal, dann mache ich es vielleicht lieber andersrum. Hmm. Okay, also da hat das Förderband eine ungültige Form. Es geht also nur so. Okay. Okay. Jetzt dürfte ich gleich 72 da unten haben. Okay, okay. 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 Hä? Hä? Okay. 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 So, jetzt passt es aber. So, jetzt passt es aber. Also, Aluplatz und Schwefelplatz, da fliegt gerade nichts. Ja, das Problem ist jetzt. Alu und Schwefel sind so weit voneinander entfernt. Und... Ja. 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 Ja.